Mit dem Fun von Gloryboard hast du das perfekte Einsteiger-Set gefunden. Es ist kippstabil, hat drei Finnen und sorgt somit für einen guten gerade Auslauf. Durch den hochwertigen Drop-Stitch ist es leicht und wiegt nur 7 kg. Mit der hohen maximalen Tragkraft von 150 kg kannst du nicht nur alleine paddeln, sondern auch zu zweit. Im Set ist ein hochwertiges Carbon-Paddel enthalten, was leichter ist als ein Alu-Paddel und somit auf dem Wasser schwimmt und nicht verloren gehen kann. Zusätzlich sind drei Finnen enthalten, eine Sicherheits-Niche, eine hochwertige Doppelhook-Pumpe, die dein Board ganz rasch aufpumpt, ein Repair-Kit und ein Rucksack, in dem du alles drin verstauen kannst. Und das Beste, wir geben 5 Jahre Garantie auf die Dichtheit deines Boards. Wir haben tausende glückliche Kunden, die mit unserem Board die Natur erkunden. Hol dir dein Fun heute noch zum Bestpreis. Bis zum nächsten Mal.